Hallo meine Freunde, ich bin wieder zurück Ähm, okay, ich würde mal sagen, wir fangen gleich an Äh, ich bin heute etwas anders drauf, irgendwie, keine Ahnung Überarbeitet die letzten 5 Wochen oder so Und ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen müssen Äh, ich würde mal sagen, äh, solange es noch nicht ganz dunkel ist, brauche ich hier mal die Kakaobohnen ab Und dann könnten wir mit der Tierfarm weitermachen oder so Ne, erstmal wollte ich ein paar Eimer machen und dann das Getreide von unten hochholen Das ist mir gerade ein bisschen zu laut Das sind schon überzviele Kakaobohnen Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich vielleicht nur eins oder zwei, äh, so Baumstämme hier lassen soll Das sind ja nur drei eigentlich, ja, ja Im Prinzip muss einer reichen So, ich pflanze jetzt mal schnell nach hier Dann gehen wir schon gleich pennen Dann können wir schon die Monster Wo sind das die Kühe Ich fange es mir hier umzudrücken So Oha, wie schnell der gewachsen ist So Äh, so, noch nix da Okay, dann gehen wir schnell pennen Äh, also Ich hab jetzt Okay, also Ähm Mein Intro wird jetzt kürzer werden Nur noch 10 Sekunden Ich lass das, dieses Let's Play Minecraft Teil da weg mit After Effects, was ich gemacht hab Oder, nicht ich halt, okay, scheiß drauf Äh, bumm Weil Ein paar, manche Hodenamputierte Vollsposten mein Ähm Meine Videos sind scheiße, weil Dein Zulich kommen die so Deine Videos sind scheiße und allem Dann frag ich Wieso Ja, weil dein scheiß Intro zu lang ist Okay Meine Videos sind scheiße wegen meinem Intro Wenn dir mein Intro nicht gefällt, dann guck es dir einfach nicht an Was wollt ihr noch nicht Vögeln hier Schäfchen Hallo Ach, Babyküchen Jo Okay, im Prinzip Wollen die gerade noch nichts machen Oh Geil Kühe Äh Wo ist die da mal hoch Ich weiß nicht, ob ich die Schäfchen auch brauche Ich glaube eher nicht Hey Komm mal her Komm mal mit Äh Das Zuckerrohr Pflanze ich auch um So Jetzt hab ich jetzt gleich noch zwei neue Kühe Oh Kaktus Nein, nicht gegen den Kaktus Du bist eine dumme Kuh Du bist so dumm So Also ich hab mir jetzt einen Timer gestellt Die Videos versuche ich jetzt nicht länger wie 15 Minuten zu machen Und Den hab ich weggeschmissen Nein Hört doch auf Boah Ey Alle mitkommen Sofort Check nicht, Schwester Ich bring dich gleich um Ich klatsche so doll ins Gesicht Nein 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 Kommt schon Alle rein Wollt ihr mich verarschen Ihr kommt jetzt alle mal hier in die Ecke, Alter So Und jetzt du Heidehop Hallo Komm jetzt Und du auch Die kriegen mich langsam auf Ihr sollt rein Hier her Gut Du Du Los Hop Boah Alter Besser Besser Wärst Wenn ich die trennen würde So Ich will jetzt mal hier unten das scheiße alles runter Äh hoch So Bam 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 Oh Musst du abbauen So komm schon nix Döp 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 Ey Hallo So So Ich hab schon ne kleine Idee wie ich das mache Aber ich weiß grad nicht ob ich noch ein bisschen Glas hab Da muss ich mal keine Glashreiber Hab ich Glashreiber gemacht Äh ja das Haus Okay, das ist jetzt nur ein kleines Lagerhäuschen, so im Prinzip. Ich werde es noch verbessern. Ich brauche Glas. So, Glas brauche ich. Holz brauche ich. Noch eine Tür. Noch eine Tür. Ich habe schon so eine kleine Vorstellung, wie ich das machen werde. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich werde so... Ich habe vor, eine Map zu machen, wo ich es halt nur mit Mods zocke. Also ich hatte schon mal einen Mod, ich weiß nicht, ob ich den hier reinbringen soll. Habe ich bei MeinMiche gesehen, das war der LevelUpMod. Der macht halt, wenn man LevelUp wird, dass man ein Geschenk bekommt. Also zumindest Kleidungsstück oder... Was weiß ich... Ach, komm ich von dir da unten. Kleidungsstück oder... Alter... Ja, oder... Ja, oder... Smaragde... Oder... Nochmal ein Kleidungsstück... Ah, und ich habe mir meinen Skin gemacht. Das... Dieser Skin... Den... Das ist... Jetzt meiner. Fertig. Den werde ich behalten. Nein, doch, Glas, genau. Ich wollte schon gerade abbauen. So, da haben wir ja das Holz. Zwei, drei... So, okay, warte, kommst du hier rein? Hier machst du was? Dann machst du Half-Steps drauf. Zwei... Glöcke... Glas... So, habe ich es richtig gebaut, ne? So, okay. Ja, das ist da unten, da habe ich auch gerade was vor, aber da brauche ich Glowstone, da müssen wir erst in die Nase. Also, da brauche ich mir nächste Folge dann Portal und dann können wir da reingehen. Ich weiß jetzt wie lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf? Reicht es? Machst du sechsmal. So. So. Tak, 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 tak. Ich wollte so nur lange Farmen machen. Also in einem kommt zum Beispiel Kürbis, im anderen Melonen, im anderen... Da, da, da. Oder das und das. Und das habe ich gefehlt. Vielen Dank auch. Ich habe da noch Sand rumliegen. Wir haben noch fünf Minuten. Das Sand schmeiße ich dann gleich in den Ofen. Äh, Sand, 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 Sand. Und hier war auch noch Sand, oder? Ja, da, Sand. Kohle haben wir noch genug. So. Steak fressen ein bisschen. Äh, 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 äh. Äh, Kisten sortieren müssen wir auch mal... So, hier mal, ob sie... Ja. Äh, hatte ich noch irgendwo Kommister? Da, genau, Kommister. Das Portal würde ich mir hier unten hinbauen. Äh, jipp. So. Äh, wo war jetzt hier ehrlich? Hier war die Erde. Zack, tack, tack, tack. Na. So, dass ich halt hier unten das Portal habe. Dass es mich dann nicht irgendwie aufregen wird. So. Das kannst du ja mal so auch wegmachen. So. Das auch, damit es so gleich aussieht. Ähm. So, das Portal muss. Zwei oder drei breit. So, hier dann. Dann ging's doch so. Ja, genau. Und so weiß ich's doch noch. So. D, 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 d. Äh, jetzt müssen wir kurz ein Fahrzeug machen. Und dann können wir den schon betreten. Aber das mach ich noch nicht, weil... Ich erst mal ein paar... Äh, da... Zum Bauen irgendwas ein kleines Reißchen für den Anfang schon mal. Äh, wo... Ja, da war ein Feuerstein. Und Eisen. Äh, so. Ein Feuerzeug. Komm, mit Kies. Nein, falsch. Oh, ich wollte's mein Cobblestone zubauen. Soap. Soap. Oh Nein 0 Nooo, Bild! So. Passt ja im Prinzip. So, wie schnell pennen. Die Tür muss zu sein. Dann brauche ich kurz die schnelle Fah- Oh, zwei Minuten nur noch. Mann, ist das verkackt. So, der Timer wird doch gleich klingeln. In 1 Minute und 30 Sekunden. Mhhh... Feuerzeug rein. Habe ich noch Erde? Gut. Ah, das Glas. Ui, ist lecker. Ui, für Glas bekommst du auch XP. Geiler Scheiß. Mh, mh, mh. Motherfucker! Ja. So. Oh. Passt ja im Prinzip. Äh... So, so, quack, 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 quack. Oh, fuck. Schon wie ein Fehl. Ähm... Ehm... 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 Timer abgelaufen So Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch Wie immer gefallen außer den Spassner Die meinen nur wegen dem Intro ist es scheiße Ähm Ja Wenn es euch gefallen hat Daumen hoch Ich warte noch auf eure Kommentare für die Challenges Ähm 10 Aufgaben Hab ich gesagt werde ich aussuchen Ähm Schaltet halt nächstes Mal dann wieder ein Vielen Dank Fürs Zuschauen diesmal Dankeschön Da oben irgendwo abonnieren wenn ihr Bock habt Für mehr Videos und so Dann bis zum nächsten Mal Ciao